Musik Manuel Hornig, seit Anfang November als Hospitant Referendar hier am Helmholtz-Gymnasium in Bielefeld. Ja, wie sind die ersten Eindrücke? Ja, ich muss sagen, ich fühle mich unheimlich wohl vom ersten Tag an. Hier im Kollegium ist sehr gut aufgenommen worden, gerade auch in meinen Fächern. Wenn ich da irgendwo Fragen habe, kann ich da jederzeit kommen. Und also total positiv und ich hoffe, es bleibt so die nächsten eineinhalb Jahre. Joachim Held, Kommissarische Schulleiter am Helmholtz-Gymnasium hier in Bielefeld. Seit Anfang November ist ein ehemaliger Minia-Profi, nämlich Manuel Hornig, bei Ihnen Referendar. Erzählen Sie mal so ein bisschen, wie sind die ersten Eindrücke, wie war die erste Zeit mit dem Examin? Also wir kennen uns ja schon seit geraumer Zeit, aber von daher war uns auch klar, was das dann für einen Hype hier an der Schule auslöst. Aber es hat sich eigentlich in Grenzen gehalten und ich glaube, wir kriegen jetzt nicht nur einen ehemaligen Profispieler, der natürlich ja erstmal beäugt wird, sondern ich glaube, wir kriegen hier auch einen guten Referendar, der hier gut ausgebildet wird für sein Leben nach der Sportkarriere. Jetzt kommt ein Lehrer durch die Tür, der noch vor einem halben Jahr Fußballprofi bei Arminia Bielefeld war. Wie war denn Reaktion von Lehrern und Schülern? Ja, also ich muss sagen, da war schon der eine oder andere dabei, der das gar nicht glauben konnte, also wirklich ganz komisch angeschaut wurde, auch zig Autogramme geschrieben habe in den ersten paar Tagen, Bilder gemacht noch und mittlerweile ist das Ganze ein bisschen abgeebbt. Es ist auch normal, dass ich jetzt hier in der Schule bin, aber am Anfang hatte ich schon das Gefühl, da haben sich viele darüber gefreut, auch in den Klassen, die fanden das natürlich besonders, wenn da irgendein ehemaliger Fußballprofi da mit drin sitzt und haben sich da gefreut und ja, aber auch durchweg positiv. Gab es Vorbehalte in der Lehrerschaft, dass jetzt ein ehemaliger Fußballer hier zum Kollegium gehören soll? Nein, überhaupt gar keine. Also wir haben schon Erfahrungen mit, sowohl mit Schülern, die sportlich aktiv sind und wir haben auch ehemalige Sportler, die jetzt auch einen anderen Weg gegangen sind und wir haben hier innerhalb der Schule keinerlei Vorbehalte gegenüber, ja, wirklich Profispielern. Und ich vermute in der Lehrerschaft auch einige Arminia-Fans? Auf jeden Fall. Ich glaube, die überwiegen ganz eindeutig. Sie haben selber mal gesagt, Scheinwelt Profifußball ist eine ganz andere Welt als hier in der Schule. Wie schwer war denn der Umstieg jetzt hier in das, ich sage mal, normale Berufsleben? Ja, es ist auf jeden Fall eine Umstellung. Die Fußballwelt ist halt so eine eigene Welt, die da drin gelebt hat in dieser Fußballwelt als Spieler. Ich denke, der weiß, wovon ich da spreche. Und es ist halt jetzt der Alltag wieder in der Schule und es ist ein ganz anderes ganzes Leben, ganz andere Bedingungen, die da herrschen. Und da muss man sich erst wieder umstellen. Es ist gar nicht so einfach, aber ich denke, es ist mir ganz gut gelungen. Wie sehr vermissen Sie den Profisport und ja auch die Stadionatmosphäre? Ja, also vermisse ich total. Ich meine, das war jetzt die letzten zwölf Jahre beruflich mein großer Mittelpunkt. Ich habe nichts anderes gemacht als Leistungssportfußball. Und es fehlt mir natürlich total, auch in der Mannschaft, jeden Tag in die Kabine zu kommen, Quatsch zu machen, ja, irgendwo Zeit miteinander zu verbringen. Und gerade die Stadionatmosphäre brauche ich auch noch so ein bisschen Abstand momentan. Ich war gar nicht so oft im Stadion bislang. Fehlt mir auch total, wenn ich daran zurückdenke. Und da ist schon gemischte Gefühle dabei. Auf der einen Seite, ja, traurig, dass es vorbei ist. Andererseits freue ich mich auch auf die neue Aufgabe als Lehrer. Also ein lachendes und ein weinendes Auge. Aber deshalb waren Sie auch erst einmal nämlich gegen Ingolstadt in dieser Saison im Stadion und einfach auch um Abstand zu gewinnen? Genau, ja. Also ich habe da einfach noch gebraucht. Ich habe gemerkt, dass ich bin irgendwie noch nicht so weit, ich fühle mich noch nicht so weit, als müsste ich ins Stadion gehen. Habe natürlich alles, Medial, Zeitung, Radio, Fernsehen, soweit alles verfolgt, was ich verfolgen konnte. Bin da auch up to date, habe auch immer noch stetigen Kontakt zu den einzelnen Spielern. Bin da eigentlich relativ nah dran. Aber so vom Stadion habe ich einfach noch ein bisschen Abstand gebraucht. War einmal da, eingeladen von Bielefeld United damals. War ganz schön, ein schöner Abend mit den ehemaligen Aminen, die da noch dabei waren. Und von daher, ich denke, es wird nach und nach wieder kommen. Spätestens jetzt, wenn meine Kinder wieder ins Stadion wollen, dann werde ich auf jeden Fall auch wieder mitgehen. Momentan schauen Sie nur zu im Unterricht, saugen auf. Ab Februar geht es dann richtig los. Sie sind allein verantwortlich für Klassen zuständig. Wie kribbelst du da? Ist das so ein bisschen wie von Zweitligaspielern auf den Rasen zu gehen? Ja, es ist irgendwo auch eine gewisse Anspannung. Wobei, ja, der Druck eines Fußballprofis, ich weiß nicht, ich glaube, so viel Druck wie vor ausverkauftem Hause irgendwie Fußball zu spielen, hat man, glaube ich, oder so viel Adrenalin, wie man da aufbaut, glaube ich, kann man in anderen Berufen gar nicht aufbauen. Aber ist natürlich schon ein gewisser Respekt und auch eine Anspannung vorhanden, wenn es dann richtig losgeht. Jetzt ist auch vieles neu für mich. Und also auf jeden Fall eine Anspannung da. Aber ich würde es nicht vergleichen mit einem Zweitligaspiel. Kommen die Weihnachtsferien jetzt gelegen, auch um mal alles so ein bisschen sacken zu lassen, die ersten Wochen hier in der Schule? Ja, auf jeden Fall. Es war einfach viele Informationen, die man so bekommen hat, auch im Seminar von den Fachleitern hier in der Schule, das ganze System kennenlernen. Und da hat man wirklich ganz viele Informationen jetzt in den letzten Wochen bekommen und die man ein bisschen sacken lassen und zu verarbeiten. Ruhe ist genau richtig. Wobei ich aber auch sage, ich freue mich dann, wenn ich dann wirklich mal vor der Klasse stehe und es richtig losgeht. Da fiebert man natürlich auch hin. Alles klar. Vielen Dank. Gerne. 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 Gerne.